Ich bin hier im wunderschönen Untergrumbach bei Herstruck und schau mir gerade die Schreinerei Die Möbelmacher an. Am 23.05. ab 19 Uhr werden hier The Rose and Crown, ein Akustikpop-Trio aus Nürnberg spielen. Dazu gibt es witziges Essen von Rose Gardens und wir freuen uns auf euer Kommen. Cool! To talk about now That we're leaving all this behind We're no longer bound The eyes full of hope Of what it gonna be The eyes full of doubt Do you really see? To talk about then Untertitelung. BR 2018 I know what I feel, so please don't go never, never, never. I open my eyes and say, it's you.